Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier im Garten Eden des Baumstammarsenals und ja Pfeile, wir brauchen Pfeile meine Freunde. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Letztens hier ein paar, zwei, drei Trolle. Hast du eigentlich alle Trolle mitgehen lassen? Wir haben jetzt hier 25 Trolle. Immerhin. Hä, ich kann Humpen bauen, warum auch immer. Schau. Schwarze Blockrüstung, das ist was Neues, ne, mit schwarzer Blockrüstung. So, übrigens, ich habe immer noch den Schlüssel. Brauchen wir den noch? Ja, sonst kommen wir in die Crypt, in eine andere Crypto nicht rein. Ah, okay, den müssen wir immer dabei haben. Ja, toll. Mal wieder noch was mehr. Yay. So, ich habe wieder gegessen und ich bin bereit für zur Krypta. Das gehe ich schon mal, ich gehe schon mal vor. Töte unterwegs, noch ein, zwei Nixen. Und Wildschweine. Das ist schon irgendwie. Äh, brauchst du noch Honig? Ich habe dabei. Okay, ich auch. Ich hoffe, jetzt kommt der Nixen nicht nochmal so ein Troll angezottelt. Eigentlich kommen die alle 20 bis 40 Tage. Ja, und jetzt haben wir es da mal für einen Tag? Man sieht das überhaupt. 80. 80. Boah, schon 80 Tage hier rumlungern. Ja, da hat man was. Ach stimmt, irgendwo habe ich hier noch einen Hirschkuchen gebracht. Aber keine Ahnung mehr, wo das war. So, Wildschweine töten. So, jetzt gehen wir mal als nächstes einmal mal in die Krypta, ne? Genau, weil wir müssen ja dort noch ein paar Eisen ins Farben. Ah, schön, Wildschwein. Tschüss. Ich habe nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Plätze frei, ne? Fuck. Ich habe 6 Plätze noch frei. Heißt einfach, die Wildschwein-Trophäe weg, die Kraut-Trophäen, die 3 Stücke auch. Hier sind schon wieder die Schlundegel. Ist das vergiftet? Äh, wo sieht man das? Ah ja, 7 Sekunden. Ja, ich sollte mal rechts oben nachgucken. Ähm... Man braucht hier einfach alles. Komm, wir können da nicht wegschmeißen. Du kannst Würste nicht mehr essen. Ja, wir können doch nicht mehr herstellen. Scheiße. Hm, Würste ist aus. Nichts. Tot. Tote Hose hier. Ähm, sollen wir mal die Kollegen da vom Feuer umbringen? Ne, ne, dann stirbst du schneller. Lass die nur sein. Wenn wir Surtling keine brauchen, töten wir die. Ich komme mal ran hier, ne? Bin hier. Wollen wir mal reingehen? Oder gibt es hier... Ja, wir gehen rein. ...Leute noch, die wir... ...Hallo sagen können. Noch ein paar Energy-Pilze mit. Oh, Kohle. Äh, Schlundegeltrophäe. Blutzack wirst du behalten, oder? Schlundegeltrophäe nicht, aber Blutzack, ja. Jo, Kohle eher nicht, aber Egel liegen zu Hause. Das Ding ist das... Schwammriger Sprott. So, Eisenschrott gefunden. War, glaube ich... Ja, hier waren zehn Stück Eisen drin, habe ich genommen. Und... Ja, genau, hier waren wir. Bin geblieben. Ey, ich will das mit der Axt. Ey, die Geräusche, ey. Das ist so grausam. So einfallsreich. Äh, ich glaube, ey, ist ja in Station, oder? Man sieht es gar nicht. Äh, war schon fertig. Hier auch. Hm? Jetzt bin ich mal verwirrt. Hä? Wer war denn da? Und hier, Mann? Äh, hier kann man verlassen. Ja, das war... Aber... So. Hier unten durch. Kommt man neben uns wo hin. Doch? Wir sind ja teilweise, äh, weit nach unten gekommen. Ich stecke fest. Komm, Mann! Ich stecke fest. Ach. Uff. Okay, hier ist nichts. Komm mal, was ist denn da? Komm, kann, kann ich, kann ich... Ne, wir können da nicht durchschwimmen. Ich hab's versucht, ich bin nach dem Stecken geliehen. Okay. Dann, ähm... Kann er sich nicht in den Abstand noch raus? Die Chest ist leer. Hier ist schlammriger Schrotthafen noch. Ich sorge mal für Licht. So, hier... Hier war Schlundlegeltrophäe, hier waren Pfeile. Die nehmen Pfeile nämlich natürlich dankend mit. Eisenpfeile. Uh, 13 Stück Eisenpfeile. Genau, hier oben haben wir ja... Alles abgegrast, was so Existenz hatte. Hier auch. Das war's mit der Krypta, ne? Rechts hier liegen noch 28 Münzen. Bernstein, 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 was war's? Hm. Da waren wir drin, ne? Ich glaube, hier haben wir alles ausgebuddelt. Giftpfeile nehme ich mit, die Ketten nehme ich mit. Ähm, Bernsteinperlen brauchen wir nicht, oder? Er ist noch schlammriger Schrotthafen. So, hat aber nichts gebracht. Da, hier ist noch. Oh ja, dann haben wir die Krypta doch wohl beendet, ne? So wie's ausschaut. Hier, ja? Dann suchen wir nach der nächsten Krypta. 40 Eisen haben wir aus der geschlachtet, circa. Nee, 50 fast. So, dann suchen wir jetzt die nächste. Wo ist die? Schlundegel. Ach, tolle, wo er ist. Erkennst du die Kryptos eigentlich an dem Leuchten? Ja, das wird wohl so sein, ne? Ach, scheiß Trophäe. Ich will keine Trophäe haben. Oh, was ist denn das hier, das Licht? Achso, das Spiegel, das Mondlicht hier. Ja, aber kurz, wir sind ja hier, wir können ja auch Bäumeer fällen, oder? Ja. Und übrigens, wo sind... Aber nur die Kleinen. Und übrigens, wo sind hier die Dorfbewohner? Schlafengewohner. Was ist das hier? Stein? Ich baue mal hier einen Baum ab. Ein baumiger Baumstammbau. Skeletti gefunden. Skeletti ist gefunden. Ich habe uralte Rinde und scheiß drei Bäume. Baumstamm. Wo bist du jetzt wieder hingerannt? Ah, da hinten. Traugen hinter uns. Ähm, ich habe fast keinen Platz im Inventar, nur noch einen Platz. Ich habe eins, zwei... Vier Stück habe ich. Oh, nee, oder? Sind die stärker geworden? Ach, noch in Stufe 1. Er rennt weg, okay. Wenn er wegrennt, dann... Gehen wir weiter. Schade, der kommt wieder. Der ist doof. Die Stufe 1 kommt wieder. Na toll, und ich semmel hier das Ganze. Äh, hallo? Wo bist du? Ich bin schon weiter. Ich habe den jetzt am Arsch. Schnell den Trauger, Stufe 1. Okay. Passt. Hallo, Kryptos. Äh... Na toll, ich versemmel den gleich noch. Hallo? Oh, Trauger, ich habe den auch hier Stufe 1, ne? Oh, der hat mir mit einem Schlag und fast mich tot gemacht. Mich hat er zur Hälfte niedergemäht. Ein Skelett greift mich noch an, na toll. Ähm... Ich bring dir ein Trauger-Skelett, ne? Ey, was wollen die denn hier überhaupt alle? Kollegen, bitte sehr. Na toll. Ähm... Wir haben hier ein klitzekleines Problem, Kollege, hier. Wo bist du? Ich renne an dir vorbei. Äh, wir haben zwei... Nö, ich bin dumm. Nö, ich bin dumm. Renn, renn um dein Weg. Bin dran. Scheiße, keine Ausdauer. Ja, mir folgen zwei Trauger, ne? Jetzt, toll. Super. Mich greift ein Geist an. Ein Geist? Wie jetzt? Ich habe noch drei HP. Geist. Geist. So ein richtiger Draugus-Geist? Nein, 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 nein. Ein Geist. Ein Sensenmann-Geist. Der fötliche Luft rum und hat mich mit einer Klammer fast tot gemacht. Okay, Stufe 1. Trauger ist tot. Das nächste Problem ist ein Berserker hier. Ah! So. Ey, hallo? Ich ruhe mich in der Krypta aus. Was? In der Krypta? Ich habe Angst gekriegt. Noch eine zweite oder was? Ah, die erste. Da ist ein Geist vor der Flüge. Ich habe Angst. Ein Geist? Waren mal kurz. Ich meine es ernst. Es ist wirklich ein Sensenmann-Geist. Der fliegt, der schwebt da rum und mit einer Klau hat, der mich fast tot gemacht hat. Na toll. Na toll. Was haben wir jetzt für ein Problem? Da hinten war mal kurz. Kann ich den per... Ich weiß, ich habe nur noch 30 Leben. Das heilt nicht so ganz, wie ich das möchte. Ich habe noch ein Skelett, das du wahrscheinlich angegriffen hast. Irgendwann mal. Das wird heavy, hey. Ich möchte ihn jetzt hier wieder weg. Ich höre den irgendwo, ne? Ach, du bist in der Nähe. Ja. Aber ich höre hier irgendwas. Geröcheln irgendwie. Ach so. Ja, toll. Ich weiß nicht, was ich hier geröcheln höre. Toll, super. Und da gut, ne? Ja, toll, daneben getroffen. Echt scheiße. Lass mich warten, bis es karg ist, weil in der Nacht, da sind die, die sind nicht alle aggressiv. Cool. Schlundegel, one shot. Was ist denn neben mir? Ich bin jetzt geschützt. Vielleicht hält man besser unter geschützt. Ich meine, ich bin unterkunft. Ist das so? Hält man oder hielt man schneller, wenn man unter Unterkunft ist? Ich glaube, so wie ich sehe, ja, ne? Das muss wohl so sein. Nicht wegwerfen. Nichts wegwerfen. Alles haben, was man kann und nichts mehr zurückgeben. Also warte mal, willst du, willst du mit mir mitkommen zur Geisterstunde? Ja, gerne mal. Das ist ein Notunterschluss. Ja, ich bin im Rauch und kann nicht atmen. Immer noch ne Rauchvergiftung, mein Freund. Mach jetzt nicht mehr. Toll, jetzt bin ich wieder im Rauch und kann nicht atmen. Kann man eigentlich das Ding nicht außerhalb bauen? Wenn du hier bist, hast du gemütlich eins. Hier nichts. Ne Rauchvergiftung, aber nicht gemütlich. Ja, toll, jetzt hast du wieder Platz geklaut oder was? Gut, so, was wir umbauen, ne? Du brauchst zwei Holz, gib mal rüber. Ich hab ein Holz. Ein Holz hast du. Scheiße, jetzt bin ich hier, der Rauch geht nicht weg. Hä? Das Feuer brennt ja gar nicht mehr. Ja, aber der Rauch ist immer noch da. Der ist bei mir weg. Ich hab immer noch ne Rauchvergiftung hier. Ja, ich auch. Naja. Komm. Da hinten. Oh nee, komm mit. Will, komm mit, ich zeig dir, wo der Geist ist. So, wir müssen ja da rüber. Ja eben, sag doch da hinten rüber. Also, ich gebe uns eigentlich. Geh jetzt auch viel schneller. So, komm hier rüber. So rüber. Ja, da ist nicht mehr hier, ne? Also, wenn ich schreie, dann weißt du, was der Geist hinter mir war. So, komm mit. Okay, wie weit bist du, da ist doch rein in die Bude. Tief. Links hat ein Skelett, also jetzt hinter uns. Ich bin hier so lang gelarcht. Finten ist ein Spawner, ne? Oh. Ja, toll, ich will mit den Fäusten fighten. Passt doch, oder? Ich bin tot. Was, du bist tot? Ja, ich konnte nichts ausrüsten und danach bin ich von hinten angegriffen worden. Ja. Passt doch zu folgenden Ende, ne? Ja. Ich habe hier ein neues Krypto entdeckt. Ah, sauber, nice. Ja, das wollte ich eigentlich finden. Ähm, wie hast du das markiert? Krypto, ne? Aber nur... Ich renne mal Kamikaze-mässig. Uuuuup. Ta. Hallo? Hm. Gibt's überall diese komischen Blobs? Diese Sumpf-Blobbys? Yes. Aber nur ein Stein. Okay. Till, ich muss zu meiner Todeskiste kommen. Hast du den Spawner getötet? Nee, ich konnte nicht töten. Ich will jetzt kein Trauger-Level 1 umnieten. Ja, aber dort ist meine Todeskiste. Also ja, nee, hinter mir ist einer. Boah. Okay, ich muss weg. Oh. Und dann noch Skelette hier überhaupt. Rübenzamen habe ich gefunden. Und du meinst Karotten? Rüben, Rüben. Nee, Rüben, Rüben. Rügenwalder, wie das duftet. Irgendwie war da was. Keine Ahnung. Oh, oh. 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 Ohne Ausdauer ist hier beschissen, ne? Nimm, sagst du das. Oh je, oh je. Ja, toll. Etwa fünf Kobolde kommen hier. Also gut, nee. Ich muss hier... Nee, nee, nicht Kobolde. Aber das sind die ganz guten Kollegen hier. Neues Bauobjekt drüben. Ich muss wegrennen. Ich habe nur noch einen HP. Und das ruckelt gerade bei mir. Nice. Ja. Tüüüüüüüüüüüüüüüüü! Der Troll! Ey, der Trauber. Da ging das Feuer. Der Trottel. Boah. Ey, warum ruckelt das gerade bei mir so? Weiß nicht. die typen verfolgen mich eigentlich immer noch aber nicht so 20 leben das ist echt fies hier ja deshalb brauchen wir die kupferrüstung ich bin gestorben schon wieder aber du bist jetzt weiter draußen ich bin weiter weg vom spawner das heißt die wir haben relativ ja nicht doch wir haben schon viel von dem entdeckt ja eben ich will eigentlich in die andere crypto rein also ich glaube wir machen folgen ende und dann nächste woche eigentlich wollte ich noch kurz meine sachen von und aus diesen jaja ganz 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 schön das können wir tun ohne probleme ich bin jetzt in der nähe der krypta jungen was geht hier ab jetzt kommt noch ein grauzweck mir entgegen der für dich habe ich jetzt absolut gar keine das kommt mal entgegen wir noch nixen ach so du rennst zwischendurch hier okay alles klar ich fangen wir mal hier ab dort ich hole meine todes kiste da müssen wir vielleicht auch essen irgendwie welche rüben oder so irgendwas mit irgendein lebensmittel muss doch so viel 2 na toll hier sind rauke mich greift ein wildschwein und wort war jetzt steht bei den der todeskiste bei dem tod welchen tag ich gestorben bin ich bin am tag 77 gestorben dort in der rhein nein brauche ich nicht brauche kein stein in der rhein nein brauche ich habe alles komplett tutti futti alles das skelett und die trauen denken sich ja kommen wir gleich mit der rugs wieder an oh je oh je oh je so junge 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 dieses biom wird uns schaffen machen ja wir müssen nur die richtige rüstung haben eisen eisen kriegen wir nur durch diese kryptas ne oder vielleicht auch die leder rüstung eins abzugraden wäre vielleicht und vielleicht auch ein besseres schild für falls damit wir wenigstens trauge stufe 1 blocken die rüben rausgeschafft ja dann ist es super ne hallo hallo dann sehen wir uns wieder äh übrigens du hast den umhang verkehrt ah jetzt ist der richtig perfekt so dann sehen wir uns wieder nächste runde und so ne kennt ihr doch jo bis dahin ciao